Ja, hallo, hier ist Christian Hemmschermeyer, Paterrapport und Beziehungscoach, schließlich mein Video-Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich wollte das mal kurz auflösen, was jetzt in dieser Woche, die dann bald kommt, geht. Also, ich werde ein bisschen wandern gehen. Ich glaube, ich weiß nicht, Ende der Woche gehe ich ungefähr los. Und, also, nur weil ich gefragt hatte, also ich gehe einfach wandern. Es ist jetzt keine Aktion von Liebeschiff, wo man irgendwie dazukommen könnte oder so. Nein, ich gehe einfach wandern. Und habe es einfach als Anlass genommen, ja, mal so ein neues Video-Format machen zu wollen. Und, also, bis weiter gibt es ja noch diesen Code, Pilgrin2020, wo ihr, ja, Kurse, Bilder bekommen könnt. Und, ähm, ich packe die nochmal hier drunter. Das ist der Dating-Kurs für Frauen, Modul 1 und mein Hauptkurs. Dann der spirituelle Kurs und, äh, Liebeschiff Pro. Und, ähm, so. Und dann habt ihr ab morgen die Möglichkeit, mir kurze Fragen zu stellen. Entweder über eine Story auf Instagram oder Facebook. Oder ihr könnt die an support.liebeschiff.de schicken. Und, ähm, ich werde dann auf meiner Wanderung, werde ich dann, ähm, ja, so diese kurzen Fragen, also das ist so, so Fragen, wie sie auch bei Instagram in diese Story reinpassen. Also, äh, also Fragen, die so aus zwei Sätzen bestehen. Also keine ganzen Leidensgeschichten oder Storys, äh, sondern einfach kurze Fragen, wie sie auch im Live-Chat immer wieder gestellt werden. Also zum Beispiel, ähm, was ist, wenn zwei Plus Bullets zusammenkommen? Oder was ist, wenn man warm wechselt in eine Beziehung? Also solche kurzen Fragen. Die werde ich dann auf der Wanderung beantworten und das Video dann auch entsprechend, äh, hochladen. Es wird, vielleicht hat es auch ein paar Tage Zeit verzucht, muss ich mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall diese Frage auf der Wanderung beantworten in einem kurzen Video. Vielleicht auch, es wird auch mehrere dieser kurzen Videos geben. So, und wenn deine Frage beantwortet worden ist und du einen Kurs gekauft hast, dann bekommst du den Kurs oder wenn du mehrere gekauft hast, den teuersten umsonst. Das ist einfach, also es geht jetzt gar nicht darum, euch zu animieren, mehr Fragen zu schicken, weil ich kriege immer genug Fragen. Es geht einfach darum, irgendwas zurückzugeben, einfach mal, ich hätte einfach Lust, ein paar Kurse zu verschenken. Und ich dachte mir, das wäre eine lustige Geschichte. Also wenn deine Frage dann auf dieser Wanderung vorgelesen wird, ähm, dann, ja, ähm, kriegst du nachträglich den mit dem Code Pilgern2020 erworbenen Kurs nachträglich, umsonst, das wird dann, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute betreffen. Und, ähm, genau, ist aber nur für die, aber du kannst natürlich auch, wenn du keinen Kurs gekauft hast, kannst du natürlich auch, äh, Fragen stellen, ähm, ob wir die jetzt bevorzugen. Ich weiß, wir können das ja teilweise selber nicht sehen, hat da jemand einen Kurs gekauft oder nicht. Das ist nur, wenn wir die, wenn ihr über die E-Mail-Adresse das macht. Äh, wie wir das jetzt auswählen, weiß ich noch nicht genau, ähm, mach ich mal so intuitiv, aber so wird das laufen. Ähm, also ihr könnt Fragen stellen über meine verschiedenen Social-Media-Kanäle. Äh, YouTube kann man ja nicht direkt E-Mails senden, da macht ihr es an support.liebeschiff.de. Und, ähm, ja, und wenn eure Frage ausgewählt für ein Video, was ich auf dieser Wanderung mache, ähm, und, ähm, ihr einen Kurs gekauft habt, kommt hier einen Kurs, den teuersten, oder den einen, den ihr gekauft habt, nachträglich umsonst. Da müssen wir vielleicht nochmal nachfragen, wenn ich jetzt von Susi, 17, 18, äh, was weiß ich, eine Frage vorgelesen habe und die ist auf Instagram, da müssen wir vielleicht nochmal mit Private Message nochmal kurz nachfragen, hast du einen Kurs gekauft, möchtest du den umsonst haben, und, ja, das kriegen wir schon irgendwie abgewickelt dann, denke ich, genau. Und die Fragen, die ihr dann stellt, würde ich halt, wie gesagt, hier auf, in diesen Videos beim Wandern beantworten, so ganz ungeschnitten und so. Und wie gesagt, keine Geschichten oder so, einfach ganz konkrete Fragen rund um Dating, Beziehung und Liebe. Ja, genau, also die Aktion läuft erstmal bis Freitag, auf diese Rabattaktion und die Fragen ist dann später, das wird jetzt nicht diese Woche sein, aber wie gesagt, gibt es schon die Möglichkeit, ähm, die abzuschicken, so, diese Fragen, und dann gucken wir halt mal. Genau, hoffe, das ist klar geworden und wir werden uns mal wiedersehen.